Die Travelers aus Hannover, sie nennen sich selbstbewusst im Übrigen die Nachwuchsband Hannovers. Ich freue mich, dass Robin, Malte, Moritz und Henrik wieder hier sind und jetzt weitermachen mit Musik. Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanze vor Freude über den Asphalt. Als gäbe es ein Rhythmus, als gäbe es ein Beat, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Kommen die ins Gegend, ich hab so hoch wie ausgemacht. Zu derselben Oberzeit, am selben Treffort, wie letztes Mal. Durch das Getränk der Menschenmengel, warnen wir uns den altbekannten Weg. Entlang der Gassen, zu drei Teerassen, über die Brücken bis hin zu der Musik. Wo alles lautet, wo alle drauf sind, um euch zu sehen. Wo die anderen waren, um mit uns gestanden, um anzugehen. An Tagen wie diesen, wünscht man sich unendlich kein. An Tagen wie diesen, haben wir noch ewig Zeit. Wünscht man sich unendlich kein. Lass mir es ewig, ewig für heute. Wir stehen nicht still für eine ganze Nacht. Schock, ich traf dich durch die Leute. Keine Acht, ich gebe auf dich an. Keine Acht, ich gebe auf dich an. Schock, ich schock, ich schock, ich schock, ich schock. Nicht mehr unendlich kein. Sind wir in der Welt. Am Tag wie diesen, wünscht man sich unendlich kein. An Tagen wie diesen, haben wir noch ewig Zeit. In dieser Nacht, der Nächte, die uns so viel verspricht. An der mir nach dem Ende, kein Ende ist es sich. Keine Acht, kein Ende ist es. Keine Acht, kein Ende ist es. Keine Acht, keine Acht, kein Ende ist es. An Tagen wie diesen, wünscht man sich unendlich kein. An Tagen wie diesen, haben wir noch ewig Zeit. Denn in dieser Nacht, der Nächte, die uns so viel verspricht. Erleben wir nach dem Ende, kein Ende ist es sich. Erleben wir nach dem Ende, kein Ende ist es sich. Also wie Sie gehört haben, haben wir jetzt ein deutschsprachiges Set. Zwei Titel kommen noch, dann müssen wir wieder übergeben an die Politiker. Der nächste Titel ist Helden gesucht. Wer beim Warm-up dabei war, kennt den Titel ja schon und kann eifrig mitsingen. Heute ist einer der Tage, an denen uns alles verliegt. Wir sind schon groß, keine Frage und kann es trotzdem noch so freuen wie klar. Das Gefühl, wir werden uns selbst übertragen. Für das Ende dieses Tages unter Wahnsinn verkommen. Komm, wir pflegen, lass die anderen raus. Denn es werden wieder gesucht, wie unter Feuer, was vertragen. Wenn es nicht mehr so weit ist, wie unter Feuer, was vertragen. Wenn es nicht mehr so weit ist, wie unter Feuer, was vertragen. Wenn es nicht mehr so weit ist, wie unter Feuer, was vertragen. Ich hab mich immer verstanden, wenn das alles weiß, was Mensch ich kann und was alle erleichtern. Vielleicht erneut mich im Nachhinein, ich hab so viel zu verkehrs nicht getan. Ich hab mich immer verstanden, wenn das alles weiß, was ich weiß, was ich weiß, was ich weiß. Ich hab mich immer verstanden, wenn das alles weiß, was ich weiß. Vielleicht erneut mich im Nachhinein, die uns am Feuer, was wir sagen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Da kann man uns buchen, kann Fotos sehen, Update-Neuigkeiten von uns und so weiter und so fort Und ich glaube jetzt können wir anfangen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 I ain't gonna be just a face in the crowd You're gonna hear my voice when I shout it out now It's my life, it's my life, it's my love I ain't gonna live forever I just wanna live forever My heart's not open, I'll win Frank is a bitter, I'll win I'm gonna live forever This is for the wrongs, let's do their drum I ain't gonna live forever 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 My heart's not open, I ain't gonna love forever I ain't gonna live forever I ain't gonna live forever Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir bleiben im englischsprachigen Bereich. Das nächste Lied kennt ihr sicher alle, das ist Radioactive. Wir bleiben im englischsprachigen Bereich. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ready and ready to run, ready and ready to run. Oh, 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 oh. Ready and ready to run, ready and ready to run. Ja, vielen Dank. Wir gehen wieder in den deutschsprachigen Bereich. Und zwar kommt jetzt Helden gesiegt. Heute ist einer der Tage, in dem es alles geht. Wir sind schon groß keine Frage. Man kann uns trotzdem noch zu freuen, den Kanzler. Wir haben uns trotzdem. Das Gefühl, wir haben uns selbst über den Tag. Wird am Ende dieses Tages dann sein. Wahnsinn, verbucht am Geschmack. Ja, vielen Dank. 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 Das Ende noch wird sein, dass wir was finden, warte und von vornherein schauen. Und wir heben es von außen, ein bisschen mehr von dieser Welt zu sehen. Das Ende noch wird sein, dass wir was finden, warte und von vornherein schauen. Das Ende noch wird sein, dass wir was finden, warte und von vornherein schauen. Ja, ganz schön. Das nächste Lied, da muss ich ehrlich gestehen, finde ich persönlich, klingt noch nicht so gut bei uns. Aber ich finde es trotzdem, denn dafür sind Sie da. Als Hanova Rana ist das ein Lied, was Sie sicher alle können. Und zwar ist das hier von unserem Heimatverein, 96. Alte Liebe, und da möchte ich aber alle mitsingen hören. Ich kann noch. Ich kann noch. Ich kann noch. Ich kann noch. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Das war's. 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 Das war's.